Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe NHL 17 Ultimate Team. Wir machen heute mit Spiel 3 in Division 11 weiter. Das letzte war ja ziemlich knapp gegen die Chicago Blackhawks. Haben am Ende nur 6-5 gewonnen, haben sogar mal einen 2-Tor-Rückstand gehabt, also war wirklich nicht ohne. Und bin mal gespannt, wer dann heute unser Gegner wird, denn es besteht weiterhin die Challenge... Oh, die Ottawa Senators, bin mal gespannt auf den Schwierigkeitsgrad. Die Challenge, dass Greis ein Tor macht. Ich hoffe mal, das gelingt uns endlich mal. Hier mit Carlson, Bombenverteidiger, der ist zwar ziemlich teuer dieses Jahr in Ultimate Team. So, Schwierigkeit ist pro, war glaube ich auch das Spiel gegen die Blackhawks, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich muss jetzt mal gucken über den Optionen, weil mir geht das echt auf den Sack mit diesen Live-Tipps. Ich habe die da ausgestellt. Warum? Ey, ich habe die da ausgestellt. Aus. Feedback-Tipps. Weiß ich nicht, was ist denn da mit Gemeinbildadaptiv? Passvorschläge aus. Defensives Stellungsspiel. Ja komm, das machen wir auch aus. Abseits-Warnung lasse ich mal an, weil das sieht man ja nicht unbedingt. So, Spiel starten. Aber eigentlich können wir jetzt direkt überspringen, weil unser Stadion kennen wir ja. Haben wir ein Heimspiel. So, Terrace, Ryan und Hoffman gegen Malo, Scheifli und Jager. Ryan, wir öffnen uns Bulli. Ah, mit Weber will ich halt auch nicht mal ein Tor schießen. Ach. So, Scheifli hat den Kuck zurückerobert. So, Malo setzt sich ganz gut durch. Ja, der war aber schlecht. Wow, Kreis im Glück. Hier ist schon, komm, die kombinieren jetzt hier wieder wie die Bekloppen. Wir machen dann gleich das Tor. Und auch dann läuft gar nichts mehr bei denen. So, Malo wird gut geschickt. Oh, schön zurückgelegt auf Jager. Verteidiger sind jetzt neue da. Ah ja, ach, Girardi. Oh, Scheifli muss so langsam aber auch mit 5 Minuten Eiszeit. Malo ebenfalls. So, jetzt haben wir Müller. Auch einer von der Fraktion, die die Fights verlieren. Oh, Girardi. Starker Schoß über Ende sind. Mit dem Safe. Oh, Lakin. Oh, Abseits. And the linesman were watching very carefully, that is an offside. Over 7 minutes gone here in the first. No goals to report yet. Karlsson verlierst Bulli. Games the blue line. Lusbach taken by Larson. A punishing hit shuts that one down. No. Oh. So, wieder schlug. Yvon. Noin. Ottawa skating in their own end. Trying to get to the neutral zone. It's dumped in. Pass it back deep. und in der Mir kommt gerade eine verdammt gute Idee, was man hier machen könnte. Aber das verrate ich nicht. Wow, Reis, mit dem Save. Oh, jetzt eventuell, oh, jawohl, da machen sie das 1 zu 0, Ottawa. Aber, keine Chance für Greis. Ich krieg den letzten irgendwie dauernd. Hat zuerst einen Rückstand reingeknallt. Boah. So, und Miller. Just under 3 minutes remaining. Only one goal hanging on the board so far. So, it's one nothing. Johnson, aber der genau nicht wollen. So, Sh... 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 Now, Malo. Girodi und da ist er. Wenigstens 1-1 gemacht, weil in letzter Zeit hatten wir immer Rückstand. nach dem ersten drittel so toby reader hätte ich selber gemacht wäre wahrscheinlich reingegangen 6 zu 4 schüsse 2 nachdem so eine gute passt wurde euch ja schon lange nicht mehr gehabt scheiflie gegen tourist beim bully und den und jetzt malo im vorwärtsgang fast ein shea webber wäre fast sein erstes tor gewesen johnson knallt das ding dann eben mal humorlos rein scheiflie mit dem assist boah boah was für eine aggressivität hier herrscht ein schlechter pass von webber was ein schlechtes stellungsspiel heiße ist just a little over four minutes play here in the second we had a tie game until just moments ago it's a one goal contest moah man wird gell aber endlich ist diese tipp gut die tipps stehen noch da damit kann ich ja leben so bötger stark von leader die quick developing play right in front almost looks like he's too close to the gold center war der head towards center und jetzt werden es schützt war er ist er bin away pakistan gestorben oh oh greiß hat ihn greiß hat ihn ich muss auf jeden fall sehen dass ich vor oder zumindest im letzten drittel maximal nur zwei tor vorsprung habe weil dann jetzt zieht der gegner eher den torwart was dann wahrscheinlich meine chancen erhöht dass ich mit greißen tor machen könnte nur lassen auf bennett jo kriegen wir ein power play ja ach man ey oh 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 scheiße gibt es hier nicht irgendwie ein befehl dass man springt so toby reader ja wenn keiner angreift ja händischen jo 3 1 leider wieder so auf die art und weise mag ich nicht überhaupt nicht voll aus dem online modus wenn ich hinten liege dann ist es meine spezialwaffe jetzt dürfen wir eigentlich kein tor mehr machen ja 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 das ist ein zweit mal in dem spiel das gibt es noch nicht das ist es schon vorher aber das ist schon dann ja Na gut, jetzt zu wenigstens ein Tor erzielen, aber das war immer mega schlecht von Reiss. Boah, Alter! Geh doch weg da! Boah, Böttger. Boah, ey, das ist doch zum Kotzen, weißt du? Dann kriege ich den Spieler, der hinter dem steht. Und der kommt natürlich nicht an dem vorbei. So, Böttger. Nein! Glück'n Packer! Auf Larsson! Oh, den Schläger gott geschossen von ihm. So, Böttger. Da ist Karlsson, der Star-Verteidiger. Der könnte eigentlich direkt bei uns bleiben. Äh, ja, geht nicht. Jo, Schlussdrittel. 2 zu 3. Müssen wir sehen, dass wir wirklich nur ein Tor machen. Und noch keins mehr zulassen. San Jose's got that neutral zone face-off. Boah. Boah. Komm, Wittmer hat Zeit fürs erste Tor von Shea Weber. Oh, aber nicht so. Und Weber, nein, er haut drüber, ey, Junge, du hast 88er-Wert und haust über den Pupp drüber. Oh. Oh. Ja, Mann, da ist das neueste Tor von Shea Weber, in dem er nach vorne sprintet. Wie ein Irrer. Das sind jetzt eigentlich die perfekten Voraussetzungen, dass wir auch ein Tor mit Greis machen, wenn mit Weber das Tor gelingt. Tja, Junge, weg da. Oh, Gerardy. Oh, und jetzt Müller. Ach, Mann, ey. Furchtbar. Oh, oh. Oh, Pfosten. War Greis da noch dran? Ich glaube nicht. Das gibt's nicht, ey, warum hält denn der Greis nix mehr? Mann, wir sind hier in Liga 11. Oh, das ist Pro. Wie bitte geht denn das aus, wenn wir dann hier den höchsten Schwierigkeitsgrad haben, wenn wir Superstars spielen? Sollen wir am besten Basketball spielen? Da gibt's keine Torhüter. Das ist nicht dann so ein Quatsch wie hier bei NHL oder wie bei FIFA. Ja, bloß keiner rangehen. Oh, Greis hält mal was. Oh, komm, jetzt Ennis. Schade. So, wir kriegen ein Powerplay. Ich weiß noch nicht warum, aber... Oh, Weber. Und Weber haut das Ding rein. Zweiter Treffer von ihm. Das, hey. 3,5, noch 8,9 und 3,5. Jetzt eigentlich am besten nur runterspielen. Ha, eigentlich wär's schon geil, wenn wir 3,5 mit Weber machen. Die kommen immer so gefährlich dahin, ey. Ich weiß nicht wieso. Oh, das ist ein ganz guter Angriff. Oh, das ist ein ganz guter Angriff. Schöne anzusehen. Rinder, Mensch. Ich will kein bester von den Senators hin. Aber mir fällt gerade ein, unser Coach, der Corey Cluston. War ja mal Ottawa Senators Coach. Machen wir wenigstens schon mal einen Namen hier für das Ding. Es sei denn, Greis macht noch ein Tor. Ansonsten wird der Name Corey Cluston bestimmt hier im Let's Play Titel erscheinen. Ach, shit, ich dachte, ich hätte den. So, 3,26, 3,13. So, tief spielen, neue Leute, neue Leute. Oh, Karlsson. Tief spielen und neue Leute, neue Leute. Letzte Minute läuft. Jetzt kommt die Stunde von Thomas Greis. Komm, geh weg. Die sollen einen Goalie ziehen, jawohl. Nein. Wie scheint das so programmiert zu sein, dass man nicht mehr an die Scheibe kommt? Nein, was mache ich? Oh, fuck. Oh, ich bin so dumm. Oh, Alter. Oh, Smith. Nein. Da hatte ich die Chance. Oh, was mache ich denn, ey? Da war ich mit Greis endlich in der Schussposition, dann wird's nix. Das ist egal, 4,5 gewonnen. Oh, wie viel Coins gibt's? Schon wieder so viele. Unfassbar. Fanwertung ist mir nicht so geil, aber wieder über 1.100 bekommen. Ja, und damit waren's nur noch 3 Punkte bis zum Division-Titel 11, der wohl kein Problem werden sollte. Shea Weber mit 2 Toren. Jamie Johnson, nee, Jamie Johnson heißt der gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Johnson mit Vornamen heißt. Und Stone auf jeden Fall die Spieler des Spiels, auch sagt die Statistik. 23 zu 16 Schüsse. Also eigentlich waren wir wieder cooler, weil wir nämlich 5 Tore gemacht haben und nur 11 vom Torwart gehalten werden konnten. Wie auch immer. Schauen wir uns wieder an, was wir momentan an Coins haben. So, 5530 Punkte hätten wir dann jetzt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal dann wieder rein, auch wenn ich's momentan künstlich spannend mache. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin an dieser Stelle raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Wir kriegen das.